Oh, jetzt kommt Macmillan auf Dauerschleife wahrscheinlich. ZZ Reaper Z, danke für dein Follow. Wieso vorne zwei Z und hinten nur einer? Guck mal, wie die auch schon wieder das Ding hält. Immer wieder gern, Bren, das bin ich ja meinen amerikanischen Zuschauern schuldig. Ach, der hat mir gerade sein Medikit geschenkt. Danke, voll lieb von dir. Danke, voll lieb von dir. Ja, das ist eigentlich mein Markenzeichen. Mhm, eine Falle, sehr interessant. So, mit meinem Perk bin ich gegen den Trapper. Hä? Gut aufgestellt. Außer, wenn ich renne. Mal schauen, was hier noch drin ist. Bin der Kistendurchsucher. Eine Karte. Ja, da probiere ich doch lieber die Karte mitzunehmen. Obwohl in dem Ding, hier waren Addons drin, ne? Ja, so eine Billig-Addons, ey. Wo hat die das denn ausgegraben, ey? Bei einer 1-Euro-Grabbel-Kiste hat sie das gekriegt. Brauche ich nicht. Haha. Äh, ich meine, oh mein Gott, da ist einer in der Falle getappt. Da oben? Im Haus, okay. Hat sich schon befreit. Moin, Dwight, du alter Pizza-Man. Eine Salami bitte mit extra Peperoni. Moin, Jake, du alter. Was denn? Du bist so ein elender Teleporter. Ich hasse Leute wie dich. Leute wie dich können wir hier nicht besonders gut leiden. Fuck. Vielen Dank. Und wer weiß schon, was ich vorhabe? Ich will einmal kurz Items swappen, mich hochheilen und dann ganz normal weiterspielen. Du bist... Ich hab's gesehen! Die Legs sind real. Nein, das ist gesehen. Pornokeller, Grans kommt in den Keller. Ah, er hat Iron Grasper. Boah, scheiß Überland. Dein Ernst, Blitz? Dein Ernst? Ich glaube, wir haben hier einen Camperino. Oh, der da hinten wird gerade gejagt. Danke fürs tanken. Wenn ich renne, sehe ich die Fallen halt nicht. Ich brauche auch medizinische Unterstützung, bitte. Ich muss auch noch jemandem helfen. 11.000 Punkte stehen auf dem Spiel. Hey, halt mal dein Dingens richtig. Cheers, mate. Okay, dem helfe ich jetzt. Jetzt wird geholfen, Leute. Nein, der kommt in den Keller. Nein, der kommt in den Keller. Ich opfer mich sogar in den Keller rein. Oh, der droppt. Ja. Dann muss ich auch in den Keller. Berlin, in den Keller. Ja, herr. In den Keller. In den Keller, in den Keller. In den Keller, wenn ich erstens die Falle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie wir uns hier immer alle gegenseitig heilen müssen, ne? Das ist echt spannend. Ein guter Killer. Ach, du heiliger Grants. Schon wieder hat jemand... Ach, nee, der wurde hochgedingens. Näher? Hier helft ihr schon, ne? Ach, ich sollte nicht rennen. Ich renne noch in ne Dingens rein. Ich seh's schon kaum, Leute. Da hinten ist er. Irgendjemand muss ja hier mal Jens machen. Ich hing hier auch schon im Pornokeller. Ach, Quatsch. Ich geh doch nicht in den Schrank und warte, bis die Luke fertig ist. Was ist das denn für ne Pussy-Taktik? Ich geh doch nicht hin. Ah ja, da hinten sind noch Generatoren. Wollen wir uns gegenseitig noch mal ein bisschen befummeln? Wie wärs? Erst darfst du und dann darf ich ein bisschen... Haha, ich bin zuerst gekommen. Äh, geheilt worden. Das Grinsetzen. Ach, ich dachte gerade jemand ist in die Falle getappt. Der Blitz ist lieber gegangen. Komm, ich geh auch. Dann haben wir eine Karte. Better safe than sorry. Boah, ich glaube da haben wir gut gepunktet, Leute. Gute Runde vom Killer. Das ist echt... War nicht schlecht. 30.000. Was sagt der Tacho? Boah, halb zwölf. Yay, wir haben eine Karte verdient. Oh, wir waren der Beste. Boah, guckt euch das an. Alle über 15.000. Was ist das für eine krasse Runde. Boah, krass. Tschüss.